herzlich willkommen meine lieben freunde hier ist das gewinnspiel die auflösung hier haben wir einmal diddl und eine süße barbie die liebe zu euch zeigt ich zeige euch erstmal hier die leute tigerboss lp hat mitgemacht the killer richard mitgemacht mark b hat natürlich mitgemacht sir batono natürlich auch nyoko hat mitgemacht florian miller yz y94 germanos venatus jack norris die sind alle dabei warum jack norris mit macht ist mir auch neu aber das ist so meine reizende assistentin wird jetzt alle hier schön falten und diesen wie möchte ich das nennen einmal werfen behälter werfen egal in der zwischenzeit gucken uns mal hier die diddl an was ist noch mit der heißen barbie die gibt es auch noch die liebe die sie von mir an euch zeigt geht natürlich nur euch sie lässt sich dem entsprechend natürlich auch viel zeit wir wollen das ja hier alles gemütlich angehen ganz gechillt batono wird jetzt ein bisschen zusammen befaltet so ist das nun mal hartes business das ist hartes leben nyoko wird zusammen befaltet eingeknittert und fertig gemacht und reingeschmissen in die ewige dunkelheit flatsch na jetzt hat sie geschlammtes gibt es gibt es gibt so gar nicht immer wofür bezahle ich diese frau ja also weiß ich nicht das ist ja nix hier da furchte auch noch im falten ich dreh durch ah mein gott und sowas netzig praktikant immer diese praktikantenarbeit hier das ist ja furchtbar sechs zettel haben wir schon drinnen sechs zettel in was weiß ich einer minute die zeit läuft aber wir wollen so spannend halten freunde dün 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 oh nein oh nein jack norris wird er als erstes gezogen das ist ein standard ding weil es ist es ist jack norris ich bitte euch es ist mir schon eine große ehre dass jack norris bei meinem gewinnspiel mit macht so meine reizende assistent sind da machen wir ein bisschen wühli wühli jawoll so geht das ganz elegant und mit viel mühe jetzt wird erst mal gleich wird einer gezogen trommelwirbel es bleibt spannend meine freunde es bleibt spannend 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 der erste der erste die erste das erste tiger boss l moment heißt ein steiger boss lp warte mal da ist doch tiger boss lp oder immer diese praktikanten hier schnell p ist ja das ist ja schon wieder furcht an erster stelle hier aber das hat ja zum glück keiner gesehen egal ist so und jetzt die zweite person nyoko herzlichen glückwunsch natürlich auch dir tiger boss lp wunderbar da haben wir doch schon mal zwei und wer könnte es noch sein ich bin sehr gespannt na los jack norris ja natürlich gewinnt hier jack norris jack norris kann nur gewinnen ich meine ich mache nicht das spiel jack norris macht das spiel herzlichen glückwunsch meine freunde ihr habt es euch verdient ihr seid treue zuschauer und ich würde einfach mal sagen bis zum nächsten gewinnspiel vergesst mich übrigens nicht in steam zu adden unten in der beschreibung seht ihr die kontaktdaten tschüss DAC oder Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020